Und da geht's auch schon weiter mit Bandito. El Bandito. Oder etwa noch Le Leiter. El Leiter, wenn ich bin, ja. Und da auf Wunsch von ihm mehr Loot gewünscht wurde, machen wir den Bell Loot. Natürlich allein. Ach siehste, hab ich fast was vergessen. Warten. Omi, voll live. Was geht ab? Schnell mute, damit Omi nichts ins Video zu hören ist. Aber die Tür hört man sowieso. Omi live. Meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen gemeinsam. Toms Omi. Ja, ja, ja. Schon bekannt aus früheren Episoden. Nervig. Und ganz oft hört man dann einmal den gleichen Satz von ihr. Und zwar... Feierabend. Boah, sowas kotzt richtig an. Omi. Wegen Kackkuchen, Alter, willst du? Und dann lassen die Leute das Fressbrett offen. Ich hab grad erklärt gehabt. Sie ist schon bekannt aus früheren Episoden. Und ist meist mit ihrem einzigartigen Satz wiederzuerkennen. Feierabend. 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 Jeder stuft. Schmerzhaft, lecker, bös und gut. Und Salz, ey. Oh mein Gott, ey. Deine Omi, ich hab's schon vermisst. Tja. Hättest du mal anlassen müssen. Feierabend! Oder so, als Kuchen. Es ist schließlich Feierabend. Äh, Feiertag. Hat sie gesagt? Ja. Und Kuchen. Ich hab gesagt, ich hab vor zwei Stunden erst gegessen. Ich hab da eigentlich schon wieder Bock auf einen Kuchen. Ich hab ja... Oh, eine Stunde, beziehungsweise zwei... Liegt mir immer noch alles wie ein Stein im Magen, alle. Kannste nicht kochen, aber... Nee, ich hab zu viel gehabt von... Du Mist, wie du elendest, Alter. Das war mein Mana. Wenn du den Cetrix entsaugst, ist mir das egal. Tja. Arschloch. Aber nicht mein Mana, es braucht dich grad. Du weißt, dass ich das als Spaß mein. Jaja. Schnell wir rausdrehen, damit du im PvP nicht mehr vergewaltigt wirst. Dann hat man Anstre fades in an. Ich hab' diesen Harschnitt. Nein. Sag meine Frau! Ich hatte eine andere. Tterl! Du gibst die Frau aus! Na hoffentlich hörst du dir dieses Video, ey. Du, Frauen sind manchmal aber im Falschverstehen. Da meinst du was als Scherz und die meinst bitte ernst. Siehst doch, siehst doch was aus Mike geworden ist. Wir sind aus dem geworden. Sobald was schief geht, findet der nur einen Ausweg. Wer der wäre? Äh... Erzähl ich dir oft. Ich möchte ja nicht irgendwelche Nerie sagen, aus diesem Grund. So viel Respekt habe ich noch vor den Leuten. Auch wenn es niedrig ist bei ihm. Oh! Ich glaube wir haben hier eine Leiche. Hm. Aber es stört ja nicht, denn die liegt jetzt ganz weit da unten. Ja! Ja! Und dann liegt da unten. Und fällt. Na gut, fällt der erstmal runter. Und dann pfff! Liegt da und berührt sich nicht mehr. Mach die Nachtschicht weg. Ne, da kommst du! Ich ziehe, überset das Rampage. Hier kommst du! Jo! Du räumst da auf! Wobei ich den Sinn des Spiels immer noch nicht verstanden habe. Du musst die Leichen teilen und so an alle den Sorgen. Hm. Es geht da ums Saubermachen. Ja, das habe ich verstanden. Aber das Wasser ist ja so schnell dreckig. So, ja. Aber... Egal! Ich habe innerhalb von 5 Minuten 15 immer gebraucht. Aber wenn du hier S-Wort zäuber müsstest, hättest du mehr zu tun. Was stelle ich mir solche Leute ein wie dich? Für 10 Cent die Stunde. Du, ich würde dir eher tierisch ins Gesicht scheißen, als wenn ich für dich arbeiten würde. Sei froh, Alter. Du könntest damit aber vieles finanzieren denn innerhalb von 10 Stunden. Du hast nämlich schon einen Euro. Damit hätte ich nicht mal ein Steam-Spiel. Doch, es gab eins Hexagon für 60 Cent. Ne, Mann. Alter, die schießen mich hier einfach gegen das blöde Stördum. Ach, er dient als Prostituierte ja noch mehr. Die Stunde. Jetzt willst du, wo Mike so viel Herrgesicht leisten kann. Aber eine Sache, das ich nie leisten könnte, einen gescheiten PC. Selbst sein Bluescreen hat, äh, Rokla. Das ist doch... Bluescreen hat, Rokla, ey. Na, das hab... Selbst das hab ich mal im Internet gelesen. Der, äh, mein, äh, selbst der, äh, selbst ein 486er ist stabiler als sein PC. Beziehungsweise, er zog sie auf den Bluescreen und ein 486er. Alle, die Technikahnung haben, wissen, was ein 486er ist. Und wenn, äh, selbst sein PC ist vom, äh, Bluescreen und Rokla so schlimm wie der 486. Ach, mein, du sollst nicht fahren… Es PC, oder? Du sollst nicht fahren? Nein. Nein, runtergefallen. Nein! Ohne runterzufallen. Ohne über von so'ner Scheiß… Äh, 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 de von so'n Scheiß Pendel erwischt zu werden. Was ist los? Ich lad' erstmal auf hier nebenbei. hier muss ich diesen sparten dahinten klatschen muss nicht öfters in die tod stürzen ja also ich krieg nur elfe voll keine zwölf wie bescheid ist das denn was wird so voll da hat irgendetwas gesaugt da viel da oben was soll der gesaugt haben mana ja jetzt hat er es gesagt von mir wollte gerade sagen jetzt wurde gesaugt weggekugelt au au lass mal bei mir saugen er nimmt ihn da hinten na toll keinen dafür dass du so nah dran stand ich war ganz am rand du schwanz hätte runter hinken berlut und los bin ich da bin ich du hast nicht mehr erwischt mit dem speer was soll das wollte ich auch gar nicht jetzt habe ich die raketen hintern geschoben aber dahin gut in der luft für deine attacke also ich sie macht das habe ich aktiviert ist viel Du Mistvieh, Alter, jetzt hat er mein Mana geklaut, aber komplett. Zoom, haha, ist der geile Wegfire. Ich hab schon drauf gewartet und hochgesprungen, bis das Weg fetzt. Jetzt reicht's einfach nur so. Nein, so ein Cheater. Die Gegner sind aber weg. Toll. Da muss ich mich halt drum kümmern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit meiner Kraft werde ich die Menschen beschützen. Hm. Alter, verarschen. Warten. Auf was war der jetzt eingestellt? Ich hab ja überhaupt nicht gekriegt für... Hab ich mal gesagt, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, es war mal. Wahrscheinlich hab ich ja jetzt schon 4 Level mehr als bei meinem Ellsport. Oder ich war halt schon in Hammeln und hab da... Oder was? Der Hut wurde abgeschlecht. Voll unfair so was. Und... Wobei... Wobei... Weil hier ja Südtor auf den Sack geht... Wobei... Na. Wo diğer minute der abide ist... Wobei... 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 Wobei. Wobei... Ich hab Briefe im Briefkasten, what the fuck. Upgrade deine 10 Stück, what the fuck. Woher sind die denn? Eisbärkostümpaket. Ja, ja, ja. Mein Elster hat das nicht. Und mein Elster hat das nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Das wirst du gar nicht wissen, das sieht so richtig komisch aus. So. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja.